Du siehst schrecklich aus, Robert. Ich hab ewig nicht geschlafen. Ich hab meine Tochter gelöscht. Und die verändern einfach Mathe. Wir brauchten neue Batterien, aber ich hab die Falschen besorgt. Jetzt brauchen wir immer noch neue Batterien. Ich hab ne rote Socke in die weiße Wäsche getan und jetzt ist alles rosa. Und ich glaub, die Eier sind alle... Klug umgesetzt ist Kindererziehung ein heldenhafter Akt. Klug umgesetzt. Ich kann mich glücklich schätzen, dass mich das nie heimgesucht hat. Ich kann mich glücklich schätzen, dass mich das nicht heimgesucht hat.